Oh, die ist ein verdammt guter Apfel. Hallo zusammen, servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub und wie es manchmal so ist im Urlaub, zumindest bei uns, haben wir viel gegessen, viel frittierte Sachen, viel Pommes, viel Bier getrunken und es war irgendwie irgendwann auch nicht mehr so cool, hat es nicht mehr so gut angefühlt und dann dachte ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann mache ich eine Fastenkur, faste ich mal, habe mir dann ein Buch gekauft, habe es gelesen und ja, also am Dienstag sind wir zurückgefahren in der Nacht und sind am Mittwoch in der Früh angekommen und dann habe ich quasi am Mittwoch direkt nichts mehr gegessen, weil es irgendwie gepasst hat, weil irgendwie hat viel zu tun, so in der Früh und erst mal keinen Hunger, dann war es irgendwann nachmittags, habe ich gesagt, weißt was, ist einfach jetzt schon der erste Fastentag. Dann habe ich quasi am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, also bis gestern, bis jetzt nichts gegessen, heute ist der sechste Tag und das war das erste Mal für mich, war eine ziemlich interessante Erfahrung, ziemlich cool auch. Hat im Grunde auch Spaß gemacht, weil ich ein bisschen was über mich selber auch rausgefunden habe und deswegen wollte ich euch das kurz erzählen, weil ich das irgendwie wichtig fand. In dem Buch, also das ist so diese ganz alte, nach Dr. Buchinger, diese alte Heilfastenmethode, im Grunde ist es nicht kompliziert, man isst einfach nichts und trinkt nur verdünnte Fruchtsäfte zu bestimmten Zeiten, mittags und abends und ansonsten Tee, keinen Alkohol, keinen Kaffee, keinen schwarzen Tee, Grüntee zum Beispiel, das geht und habe ich auch gemacht natürlich. Und ich muss sagen, die ersten zwei Tage, am zweiten Tag war es dann so, dass meine Frau dann den Kindern irgendwie in der Pfanne was gemacht hat und dann so die angedünsteten Zwiebeln haben so gerochen, das war schon, das war schon echt hart. Am dritten Tag dann, da hieß es dann immer in dem Buch, ja Vorsicht, der dritte Tag ist der schwerste, da brechen viele ab. Da war es dann für mich nicht mehr ganz so, nicht ganz mehr so ein Thema, irgendwie hatte er auch keinen Hunger, hatte er eigentlich am zweiten Tag auch keinen Hunger, aber trotzdem, wenn du Essen riechst oder so, da kommt dann eben diese Lust auf Essen. Und am Samstag sogar, das war dann der vierte Tag, da waren wir sogar auf einer Feier, wo es dann Catering gab und Essen und selbstgemachte Salate und so weiter und ich habe mich, also ich habe gedacht, okay, setz dich einfach mal mitten rein und schaust mal, wenn es irgendwie nicht mehr geht, dann machst du das einfach nicht. Aber das war überhaupt kein Problem, ich saß einfach da, habe ein Wasser getrunken und ja, das ist wirklich eine, das ist mit so das, ja, die stärkste oder Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man eben Herr über sein Leben ist und nicht so sehr abhängig von den Dingen und Gelüsten, die von außen kommen. Also die Gelüste kommen von innen, aber auf Dinge, die im Außen sind und das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, mein erstes Mal war das, habe das noch nie gemacht vorher, ich fühle mich wirklich sehr gut, hatte die ganze Zeit auch, ja, überhaupt nicht, also war ein bisschen müder, das muss ich schon sagen, mittags immer so ein bisschen mal geruht. Und das ist wahrscheinlich normal, aber ansonsten habe ich Sport gemacht und fühle mich auch jetzt wirklich sehr, sehr gut. Im Buch stand schon Vorsicht, wenn der letzte Tag gekommen ist, der war eben gestern und das Fasten bricht man dann mit einem Apfel, ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, Messer und ein Apfel und dann hat man so das Gefühl, man könnte es noch ewig weitermachen oder ziemlich lange weitermachen und das ist bei mir jetzt auch so. Also, also ich glaube, jetzt einfach noch einen Tag dranhängen wäre überhaupt kein Problem, aber dieser Versuchung sollte man widerstehen, weil es eben, ja, auch den Stoffwechsel umstellt. Erstmal diese fünf Tage eben und jetzt nehme ich euch mit und esse meinen ersten Apfel oder esse mein erstes Essen generell seit, ja, Dienstagabend. und das ist, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe gar nicht so einen Appetit, das ist wirklich crazy, also, ja, nicht so einen Appetit. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt, wie es geht. Also, Wahnsinn. Ich habe es nicht so einen Appetit, das ist ein verdammt guter Apfel. Ja, also ich glaube, ich esse den restlichen Apfel mal alleine weiter. Also eine ganz feine Säure noch dabei. Also, was mir aufgefallen ist, die letzten Tage, ich habe total intensiv gerochen. Viele Dinge, die ich sonst nicht so wahrnehme. Ich dachte, was ist das hier? Irgendeine Zwiebel, die halb angeschnitten im Kühlschrank lag oder so. Das sind Sachen, die mir vorher nicht so bewusst waren. Auf einmal war es dann ganz intensiv. Sag ich, was ist hier? Irgendwas riecht hier. Aber mit dem Kopf passiert halt auch ganz viel. Muss nicht für jeden was sein, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Und, ja, würde mich freuen. Vielleicht, also ganz sicher sogar, haben einige von euch da draußen auch schon selber Erfahrungen mit Fasten gemacht. Und vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, wie das bei euch war. Mh. Mh, lecker. Nachher koche ich mir eine Gemüsesuppe. Mit einer Karotte und einer Zucchini habe ich dabei. Und eine Zwiebel. Und eine Kartoffel kaufe ich, glaube ich, noch. Also, Wahnsinn, wie wenig man auf einmal braucht. Mh, lecker. Alles Gute für euch. Wir sehen uns jetzt wieder regelmäßiger. Letzte Woche und vorletzte Woche eben war ich im Urlaub. Alles Gute. Und auch alles Gute für eure Tiere. Euer Tierarzt, Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020